An jenem denkwürdigen Tag beobachtete Quinctilius Varus den geordneten Abmarsch seiner Truppe. Er war froh, Germanien endlich verlassen zu können. Augustus war alt und sein Ableben nur noch eine Frage der Zeit. Und Varus hatte da so seine eigenen Pläne hinsichtlich einer Nachfolge. Doch der Kampf um die Kaiserkrone wird in Rom entschieden. Da war die eigene Anwesenheit erforderlich. Ja, für Varus war es an der Zeit, nach Rom zurückzukehren. Am besten als ein Sieger und am allerbesten mit einer eigenen, starken Armee. Aber nicht nur Quinctilius Varus beobachtete den Abzug der Legionäre. Unbemerkt von den Römern war eine germanische Streitmacht aufmarschiert und bezog gut verborgen in den Wäldern ihre Stellung. Auch dessen Anführer hatte so seine Pläne und die Fallen längst aufgestellt. Es ging um die Zukunft Germaniens und damit auch über die von Rom. Aus der Sicht eines Militärstrategen war die Armee des Quinctilius Varus allemal der bunten Horde des Armee. Wie viele sind es denn? Es kann nicht gut sein! Noch eine, ist doch hoch! Hoch, wird ein langer Weg! 20 Tagesmärchen! 20 Tagesmärchen! Insel sollten wir ihn ersparen! Doch im Krieg, wie in der Liebe, gibt es keine Regeln. Und die Germanen brachen alle Regeln. So wie David einst mit seinem Gott gegen den riesigen Zolaid antrat, so standen die Germanen nun auf, um dem Koloss von Rom die Sterne zu bieten. Auf in den Kampf! Ich denke, das wird noch ein netter Abend hier. Teilen und Herrscher, das Motto der Cäsar und der Garant des Sieges. Teilen und Herrscher war die ureigenste römische Strategie und diese wendete sich nun wieder den Römern. Nur ein dummer General ist nicht gewillt, vom Feinde zu lernen. Arminius aber war alles andere als dumm. Er hatte gelernt, als Ritter in römischen Diensten. Er wollte nun Varus dazu zwingen, seine Armee aufzuteilen. Zu diesem Zweck ließ Arminius durch seine Kämpfer mit vereinzelten Angriffen auf verstreute Nachzügler und Versorgungsstationen eine Rebellion vortäuschen. Was ist da los? Was zum Jupiter war das? Mario? Mario? Wo steckst du? Mario? Wo steckst du? Wo steckst du? Oh Herr, Arminius hat einen Boten geschickt. Der sagt, die 17. Legion ist in einen Hinterhalt von Rebellen geraten. Die blockieren den Weg. Er ist mit seinen Reitern der Legion zur Hilfe geeilt. Die Kämpfe sind schwer und es sind viele Rebellen. Er bittet um Verstärkung. Auf Arminius ist Verlass. Gut. Gut. Er soll die Verstärkung bekommen. Schickt die 18. Legion mit der schweren Infanterie. Die sollten die Situation schnell in den Griff bekommen. Große Reiche werden nicht durch Zagen groß. Aber schnelle Entscheidungen sind nicht immer sichere Entscheidungen. Mit dem Befehl zur Aufteilung seiner Armee tappte Quinctilius Varus ahnungslos in die ihm gestellte Falle. Mag einst man rühmen, die Zivilisation Roms als etwas Gutes. Doch übel nahmen die Germanen die Demütigungen. Terror wird nicht mit geistigen Argumenten, sondern nur mit Gegenterror gebrochen. Dann ist der Krieg das Gebot der Stunde. Es ist soweit Männer, es ist soweit zum Angriff Männer. Angriff! 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 Macht sie kalt! Ausrück! Ausrück! Nein! Selbst die Tapferen fürchten den plötzlichen Schrecken. Und der Schrecken kam ohne Vorwarnung. Damit war das Element der Überraschung eindeutig zum Vorteil der Germanen. Und ich sage euch, eine germanische Frau ist schlimmer als eine Sau. Ups, wo bin ich gelandet? Hallo! Ich bin's, Siegfried. Auf die schnelle Schneide genannt. Na dann! Und jetzt beginnt der Tanz des Todes. Was? Du magst es? Mit einer Klee? Auf einen unbewaffneten? Du Ratte, nimm das! Hier, du Ratte, nimm das! Hier, nimm hin! Na, wie schmeckt dir dein eigener Stahl? Übrigens, das Schwert kannst du behalten. Hier! Stirb, Römer! Stirb! Nimm das! Arschrecken! Oh nein! Die Tür war! Sie sind gleich geboren! Leute, sie sind verkannt! Als erstes traf es die siebzehnte Legion. Ihre Standarte verschworen spurlos in den Sümpfen der Lippe. Während die ihr zu Hilfe eilende achtzehnte Legion sich in den unbekannten Wäldern vernieuht. Nimm diesen Hieb von mir! Und den da auch! Du bist so leicht in den Degradieren! Zenturio! Was beim Jupiter geht hier vor? Wo sind meine Legionen? Haben wir irgendwelche Meldungen? Noch keine, leider. Keine Spur her. Verdammt! Die siebzehnte und achzehnte Legion scheinen wie vom Erdboden verschluckt zu sein. Schickt Speer aus! Ich will wissen, was da los ist! Schickt Reiter los! Sofort! Am zweiten Tag der Schlacht wurde auch die Standarte der 18. Legion nicht mehr gefunden. Zum Angriff! Sofort! 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 Feuer! Feuer! Fuck! Feuer! Stirb langsam! Und du? Stirb ein bisschen schneller! Und du? Ganz schnell! Stirb! 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 Feuer! Feuer! Dann wollen wir mal loslegen! Los jetzt! Keine Gnade! Keine Gnade! Keine Gnade! Keine Gnade! Keine Gnade! Keine Gnade! Alarm! Herr, die 17. Legion wurde vernichtet. Es gibt keine Überlebenden. Was? Was ist mit Arminius und seinen Reitern? Wahrscheinlich teilt er das Schicksal der Legion und ist gefallen. Scharf! Schütz! Masakiert Sie! Na, du Ermann und Schwein! Wie schmeckt dir das? Meine Arme! Wieder mit den Schweinen! Was ist die Fertig? Oh Ah 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 Wow Ah 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 Wow Ah Ah Herr Es sind einige Verletzte eingetroffen Es ist der Rest der 18. Legion Sie hatten in den Wäldern keine Chance, so sagen sie Verdammt Die 19. Legion soll sich hier eingraben Wir müssen uns verschanzen bis der Ersatz kommt Schickt Booten in die Reinfestung Wir brauchen Verstärkung Ich glaube nicht, dass da ein Reiter durchkommt Das Gelände ist von Feinden durchseucht Und der Pass am Ries ist von Germanen besetzt Es soll dennoch versucht werden Schickt Reiter los Sofort Ja, Herr Ich bin getroffen Ah 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 Auch die Götter Asgards waren den Germanen wohlgesinnt. Dona, ihr Gott des Donners, zückte seine Blitze und öffnete alle Schleusen des Himmels. Das Wetter spielte verrückt. Das trieb die Römer zur Verzweiflung. Mit eingeschränkter Sicht ernten sie orientierungslos durch die Dunkelheit. Und der Tod lauerte hinter jedem Zweig, Busch oder Baum. Einfach überall konnte ein Germane stecken. Die Römer sind so klein. Die Römer sind so klein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Am dritten Tag der Schlacht setzten die Römer alles auf eine Karte. Die 19. Legion musste den Germanenwall am Ries durchbrechen. Der Weg musste freigemacht und die Blockade gebrochen werden. Eingekeilt zwischen einer Feuerwand, einem Fluss und mit germanischen Verbänden im Nacken, war die Erstürmung des Passes die letzte verbliebene Möglichkeit, der Vernichtung zu entgehen. Der Kampf um das Ries würde die Entscheidung bringen. Das wussten die Römer, aber auch die Germanen. Die hatten sich gut verschanzt und die Verteidigungsanlagen hatten schon zwei Tage den Anschluss der Römer erfolgreich betrotzt. Das ist ein Lass. Aaaaaah! Aaaaaah! Ah! Alarm! Sie greifen an! Sie greifen an! Alarm! Sie greifen an! Sie greifen an! Und das geht! Gegenangriff startet! Haltet die Stellung! Unter allen Umständen! Haltet das Ries! Ja! Nein! Sie greifen an! Ich nehme an! Sie greifen an! Sie greifen an! Oh, war das schon? Der Krieg ist ein Weg der Täuschung. Zeige dich dem Gegner so, als ob du etwas nicht tun könntest, ob schon du es tun kannst. Tu es so, als ob du etwas nicht ausnutzen könntest, obwohl du es ausnutzen kannst. Locke ihn durch einen Vorteil an, bringe ihn in Verwirrung und packe ihn dann. Ist der Gegner stark, weiche ihm aus. Hast du ihn wütend gemacht, dann bringe ihn in Verwirrung und packe ihn dann. Spiele den Nachgiebigen, dann wird er eingewöhnt. Verfügt er über frische Kräfte, dann erwüde ihn. Erre. 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 Der Krieg ist schade. Erre. Oh, oh, oh! Das war's für heute. WDR mediagroup GmbH im Auftrag von Funk Wow! Ah! Wow, die Hohepriesterin selbst hat mich geküsst. Wow, die Götter sind mit uns. Wow, die Götter sind mit uns. Verflucht, man hat mich betrogen. Verflucht soll er sein, dieser Arminius, dieser tückische Verräter. Ich hätte auf Segestes hören sollen, er hatte recht. Ich wurde gewarnt und wollte nicht hören. Ich bin ein Trottel. Oh Gott! Ich bin ein Trottel. Und nun zu euch. Jetzt seid ihr dran. Ich bin ein Trottel. Ich bin ein Trottel. Wo sind meine Truppen? Meine Legionen, tot und gefallen. Oh, welche Schande. So kann ich nicht vor den Kaiser treten. Der reißt mir doch glatt den Kopf ab. Schnell! Angriff! Schießt auf sie! Schießt auf sie! Schießt auf sie! Die Götter! Er schießt auf sie! Die份 der Götter! A.L.A.M. A.L.A.M. Alarm! Herr, die Feinde greifen an. Sie sind schon im Lager. Jetzt reicht es, Soldat. Ihr bringt mir nur schlechte Nachrichten. Ich kann euch nicht mehr sehen. Wegtreten! Wegtreten, Soldat! Alarm! Alarm! Macht sie nieder! Macht sie nieder! Los! Auf! Halte durch, Soldat! Haltet die Stellung! Verstärkung ist angefordert! Halte durch, Soldat! Halte durch, Soldat! Haltet die Stellung! Verstärkung ist angefordert! Zu den Waffenmännern! Kämpft um euer Leben! Trägt diese gemagischen Hunde aus dem Lager! Hier, du Schwein! Wir müssen die Waffenmännern! Halte durch, Soldat! Ach! Oh Oh Auf der Stelle Haltet die Stellung Haltet euch, Soldat Kämpft um euer Leben Kriegt eure gemanischen Hunde aus den Lager Dies hier sind unsere Wälder Versteht ihr das? Haltet die Stellung Ah Nimm das du Hund Ah Haltet die Stellung Ah 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 Wo sind meine Truppen? Noch einer der durch meine Hand sterben will Hier Ah 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 Nimm das du Hund Ah 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 Arminius Für diesen Verrat verfluche ich dich Dich und deine Nachbar Ich verfluche dich Gnade Gnade Hart, mit Leid, Gnade. Achtung, aufpassen, da kommt jemand. Vorsicht, ich sehe aber niemanden. Doch, da ist jemand. Nimm diesen Hieb von mir und den auch und diesen. Nimm das. Jagd sie, findet sie alle und lasst niemanden am Leben. Marachon! Das war's für heute. Aaaaaah! Das war's für heute. Arminius, ich verfluche dich! Das war's dann wohl! Wir haben gesiegt! Was Menschen Übles tun, das überlebt sie. Das Gute wird oft mit ihnen begraben. Das gilt für den einfachen Legionär, wie auch für die Cäsaren. Seht her, wen ich fand! Der große Quintilius Varus hat sich eigenhändig in sein Schwert gestürzt. Jetzt sind wir beide frei, Römer! Ich sag dir was, Römer. Und du sagst das deinem Cäsar. Pist nie wieder an unsere Bäume! Hörst du? Sonst gibt's Prügel! Und vergiss nicht dein Oberhaupt! Der folgt sich bestimmt auf oben! Nein! Was ist das? 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 Arminius! Arminius! Oh, mein Arminius! Ich liebe dich so sehr! Bist du verletzt? All die Toten und das viele Blut! Nein! Mir geht es gut! Im Gegensatz zu den Römern! Nun können wir in Frieden leben und auch eine Familie gründen, mein Schatz! Ich liebe dich, du Schneider! Oh, mein Liebling! Krieg ist voller Lehrer-Schrecken und verschont nicht die Tapferen, sondern die Feigen. Diese Worte des Aristoteles geisterten durch den Kopf von Cassius Thanatos, als er seine Pferde antrieb, um seine schreckliche Fracht nach Rom zu bringen. Zum Jupiter-Tag! Da plane ich eine größere Zirkusveranstaltung mit vielen lieben Gästen auf den Rängen und einigen unliedsamen Gästen in der Arena! Hahaha! Die Löwen werden sich freuen! Nach dem Zirkusbesuch möchte ich ein Fest feiern! Mit vielen Tänzerinnen, leicht bekleidet! Ja, Herr! Wird vorbereitet! Herr! Was zum? Was gibt es, Soldat? Äh, Herr! Es sind Wagen gekommen, voll mit abgeschlagenen Köpfen! Aha! Man schickt mir die Köpfe meiner Feinde! Es gab also doch Krieg in Germanien! Und Rom war mal wieder siegreich! Nun werde ich wie Cäsar groß sein! Ja, ja! Alle werden mich nun Augustus dem Groß nennen! Ja, ja, ja! Was für eine gute Neuigkeit! Da muss schnell eine große Siegesfeier organisiert werden! Ja, ja! Für Varus, unserem Helden! Äh, nein, Herr! Der Bote da! Er sagt, es wären die Köpfe eurer Legionäre! Wie? Es sind eure Männer, Herr! Es gab einen tückischen Hinterhalt! Eure Armee wurde vernichtet! Was? Was redet ihr? Was für ein Unsinn! Aja! Es gibt keine Überlebenden! Außer dem da! Was? Das ist nicht wahr! Ahthaa! Das ist nicht mehr zu glauben!... Wozu Bluto ist Varus?? Ich will sofort mit ihm reden! Bringt ihn zu mir! Der kann was erleben! Dort ist er her! Um dem da, schlagt ihn den Kopf ab und legt ihn zu den anderen. Wird sofort erledigt, Herr. Varus, Varus. Äh, Varus. Varus, was ist geschehen? Wo sind meine Soldaten? Was hast du getan? Was hast du getan? Varus, Varus. Gib mir meine Legionen zurück. Ich will sie wieder haben, meine teuren Legionen. Rüstungen, Pferde, Ausbildung, alles für nichts, alles begraben in Germanien. Das kann doch nicht wahr sein. Varus, was hast du mir angetan? Varus, was hast du Rom angetan? Varus, dafür wirst du büßen. Wie stehe ich nun da? Ich, der erste Imperator Roms, der vor dem Senat eine Niederlage eingestehen muss. Varus, du hast mich betrogen. Sieg hast du versprochen. Germanien hast du mir versprochen. Belogen und betrogen hat man mich. Und nun, was soll werden? Rom ist schutzlos ohne Ligonäre und nicht mehr mächtig. Wie soll ich das den Römern sagen? Oh, oh, was für eine Schande. Varus, dieser Schmerz. Was für ein Schmerz, Varus. Und so begab es sich, dass Tiberius der neue Imperator Roms wurde. Wer aber glaubt, dass die Geschichte hier endet, der ehrt. Nein, eigentlich fängt die Tragödie jetzt erst an. Mit Tiberius und Germanicus erwuchsen dem Arminius neue Gegner, um Germanien und deren Götter aufs Erneute herauszufordern. Aber darüber berichte ich ein anderes Mal. Heute bin ich einfach zu müde dazu. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020